Wir haben zurück bei einer sieben Folge. Nein. Geh nach links in den nächsten Raum. Geh nach links in den nächsten Raum. Der verdammte Ellenbogen gehört zum irgendwas Bogen. Der Beckenknochen, die Armknochen gehören zum Chestknochen und zum Kopfknochen. Okay. Okay. Das wird er hier wieder sein, oder? Oh. 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 Hmm... Hmm... Uh... Uh... Hier? Da? Da, 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 da... Der Knochen gehört zu dem Knochen und der Knochen gehört zu dem Knochen. Hmm... Wir wollen rechtlich. Ähm... Wir wollen rechtlich. Hmm... Oh, das war... Wie nach links, aber... Ich weiß, dass die Knochen Knochen waren jetzt schon nicht. Sag mir doch mal bitte die Knochen Knochen... Und... Close Cover Before Striking. I'm no Pyromaniac. I'm no Pyromaniac. Komm schon... Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Der Ellenbogen... Ist ein Ellenbogen. D-d-d-d-d-d-d-d... Äh... Der Ellenbogenknochen gehört zu dem Knochen. Ich weiß aber nicht, wer dem Knochen ist. Äh... Hmmmmh... Hmmmmh... Der... Nein. Nein, der Kopfknochen gehört zu dem Knochen, aber wir sind so glöd dafür. Der Knochen gehört zu dem Knochen, ich bin verwirrt, weil es nicht weiter geht. Der Ellenbogenknochen gehört zum Schädelknochen. Der Beinknochen gehört zum Beckenknochen. Der Beinknochen gehört zum Schädelknochen. Der Beinknochen gehört zum Schädelknochen. Der Beckenknochen gehört zum Schädelknochen. Erschätzt sich nach dem Schädelknochen. Ab www.fröbel.de. Das ist nun eine最ibende Pferde. Die Gerichtsschieke. Ich habe immer eine dieser. Der Beinknochen gehört zum Schädelknochen. Der Beinknochen ist jetzt in der Hand. Ich hab... Was? Ja, das mach ich nicht. So. Was? Okay, wir gehen nochmal bei raus. Dann wollen wir mal reingehen. Also, der Rippenknochen hängt am Armknochen. Was ist der Armknochen? Wir wollen... Ich geh jetzt von Vers zu Vers, okay. Der Rippenknochen hängt am Armknochen. Der Armknochen hängt am Schädelknochen. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Armknochen. Das muss auch gehen. Wäre jetzt auch nur ein ähnliches. Der Beinknochen hängt... Der Rippenknochen am Armknochen. Der Armknochen am Schädelknochen. Der Schädelknochen... Der Schädelknochen... Der Schädelknochen... Der Schädelknochen hängt am Beinknochen. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Armknochen. Was ist der? Der Schädelknochen hängt am Armknochen. Der Rippenknochen hängt am Armknochen. Der Beinknochen am Hüften. Ich geh jetzt aber nicht zurück. Nein, nein. Dann gehen wir... ...der Beinknochen... ...der Rippenknochen hängt am Beinknochen... ...Beinknochen, am Hüftknochen... ...der Schädelknochen hängt am Rippenknochen... ...der Rippenknochen, am Beinknochen... ...der Rippenknochen... ...eine große Beinknochen... ...das ist ein großer Schlüssel... Entschuldigung, was denn Gehle? Ne fürAT... Hm-hm. Guybrush Threepwood. You have finally been caught. I have searched every island. Sailed every sea. And now, you are mine. What do you have to say for yourself? Jeremy? Largo. Yes, sir. LeChuck, sir. Take Guybrush down to the torture chamber and get the machine set up. Yes, sir. Chetcorsa? Oh, hey. You be in a heap of trouble, Guybrush Threepwood. Now that you are mine, you will pay for what you did to me. Hey. What's a little root beer between friends? Silence! There is only one thing more painful than being resurrected from the dead and crammed into a rotting body. Do you know what that is? Hmm. It is what is about to happen to you. Can't we talk this thing out? You see that candle over there? When it burns through that rope, the bag will fall on the bellows. When it is compressed, it will shoot a single lead bullet, which will ricochet off that pan, then off the shield behind me, bounce off that other shield, finally striking the green balloon. When it pops, it will cause that lever to fall, releasing that ratchet on the chain wheel and sending you down into the pit of acid. No. Do you know what happens next? Um, well... I will take your bones, still alive and in great pain, and make them into a chair. I will call it my screaming chair. Every morning I will sit in it and listen to you scream. Any questions? Billiontot? Um... Hmm... What happens when the bag falls on the bellows? The bellows will shoot a lead bullet into that pan. What does the candle do? The candle burns the rope, releasing the bag of sand. Hmm... How is the lead bullet going to get to the balloon? It will ricochet off a bunch of stuff. I... If this is four, and this is two, what's this? I'm growing tired of your stupid questions. Prepare to die. He didn't say what he was gonna do to me. An Ottoman comes to mind. I can't do that from my present position. Nice! I can't do that from my present position. I can't reach him from here. I can't do that from my current position. I can't do that from my current position. Ich kann das nicht in meiner Position machen. Ich kann das nicht in meiner Position. So, Wally? Ja? Ich liebe dich, Mann. Wir müssen uns die Hände, schnitzeln. So, Wally? Ja? Kannst du bitte meine Nose öffnen? Ja, nachdem du meine Hände schüttelt. So, Wally? Ja? Ich hab mir keine Brideidea? Well, eigentlich, ich hatte dich wohl gedrehten. Oh. So, Wally? Ja? Ich habe ein schlechtes Gefühl, über das. Böd Impfung? Lechack hat dir excitingst dich an über eine warte ranze von Acid und all du hast ist ein schlechtes Gefühl? Gosh, I feel even worse when you yell at me. Just leave me alone. Horse Hockey. You honestly expect me to believe you were disintegrated in acid? Sure, well, I... And yet here you are, telling me all about it, looking very integrated indeed. Yes, well, that is, uh... Okay, so I embellished it a little for dramatic effect. Do you want to try telling me what really happened? Okay, as I was saying, we were hanging over the pit of acid. Death was so close I could smell his hairy armpits. I can't reach the candle from here. I can't reach the candle from here. It's burning through the rope at an alarming rate. I can't do that for my current position. I can't do that for my current position. Can I get a little bit of a knife? I can't do that for my current position. Help me. Uh... What? It's burning through the rope at an alarming rate. I can't reach the candle from here. I can't reach the candle from here. And I can't reach the candle from here. And I can't reach the bellows from here. Nice! I can't reach the pan from here. I can't reach the Scorpion. Spock! Spock! Um... Oh! Spock! Boy! This stuff makes my spit thick! Cotton! Spock! Spock! Hey! Watch it with the spit! Spock! Hey, watch it with a spit. Hey, watch it with a spit. Hey, watch it with a spit. My mouth is all dried up. Okay, let's go. Let's go. Boy, this stuff makes my spit thick. Hey, watch it with a spit. Go ahead, go ahead. Hey, watch it with a spit. Okay, I think the pfanne was already set up. Hey, watch it with a spit. Hey, watch it with a spit. My mouth is all dried up. Oh, boy. I think the pfanne was already done. Oh, I think the pfanne was all dried up. Boy, this stuff makes my spit thick. Hey, watch it with a spit. Hey, watch it with a spit. Hey, watch it with a spit. Ja. 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 Oh my god. Bis zum nächsten Mal dann geht es weiter.